Du bist bestimmt schon mit Fragen gelöchert worden heute Abend, oder? Ich fand's echt beeindruckend, mit was für einfachen Mitteln du so ne Angst erzeugt hast. Ich müsste einfach nur die Kamera an den richtigen Fleck stehen. Ja, klar. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich werd's dir zeigen. Wie meinst du das? Hast du Angst? Quatsch. Dann komm. Deine Augen zu. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zwei. 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 Ich hatte recht, oder? Ja. Zehn. Zweiui. Untertitelung des ZDF, 2020